Und damit herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Ja, wir sind hier und wir haben, wir haben Essen. Ist da eigentlich was Feines? Hm, finde ich zumindest. Äh, ich hoffe, dass es genug ist. Aber das Schöne ist an diesem hier, die haben eine Wachstumsrate von knapp 300%. Wir sehen auch schon, dass in der Zeit, wo wir das jetzt schon gebaut haben und hier noch nicht mal rum aufgeräumt haben, sind wir schon bei etwa 20% Wachstum. Das bedeutet, dass wir sehr häufig da ernten können. Und deswegen werde ich diese 6 auch erstmal behalten. Wir werden sehen, ob das gut ist oder nicht. Ich hoffe, es ist gut. Wir werden sehen. So, andere Sache noch kurz auf deinen Kommentar. Hier siehst du hoffentlich, ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann, aber hier Embrasures, da habe ich jeweils 3 links, rechts von gemacht. Bei jeder Tür, die ich selber gebaut habe, hier zum Beispiel nicht. Hier, ähm, hm, wollte ich das eigentlich auch gemacht haben. Alles klar, gut, dass wir das noch nicht gemacht haben. Vielen Dank für den Hinweis dann. Dankeschön. So, und hier haben wir auch 1, 2, 3, eigentlich, genau. Ja, hier haben wir auch nichts. Alles klar. Aber unten habe ich das anscheinend vergessen. Sorry, dass ich gerade so durchscrolle. Ähm, so, dann machen wir nämlich hier dann 2. Ich denke, dass das okay sein wird. Dann werden wir mal sehen. Ich werde hier mal Hole machen. Äh, oh, nee, schade. Ich kann nur aus Sandstein anwählen, weil ich im Moment keine davon habe. Deswegen bauen wir einfach mal Kopien. Ähm, also keine Schiefer habe. Deswegen haben wir dann hier jetzt, ja, 4 Embrasures aus Schiefer. Hier sehen wir auch, ich habe letzte Folge ja ganz kurz nochmal eben kurz ein bisschen Rabattding gegeben, damit die sich freuen. Weil, ich sagte ja, je früher die sind, desto, äh, wahrscheinlicher hinterlassen die uns kleine Geschenke. Ich weiß nicht, Rayra Borga, äh, schläft im Dunkeln. Äh, hier, ist umsonst. Du kannst gerne auch, ach, im Dunkeln schläft draußen. Ist bei dem Wetter vielleicht ein bisschen kacke. Und türkise Krabbe hat hier ein Bett. Okay, sonst haben wir hier niemanden mehr. Wir haben hier eine ganze Karawane. Ähm, das ist nämlich Kulismus, der königliche Tributeintreiber. Ein königlicher Tributeintreiber der Fraktion Reich der Bröre und sein Begleitschutz nähern sich. Du kannst ihm Gefangene und Gold als Tribut anbieten. Im Gegenzug erhält der Kolonist, der diesen Handel vollzogen hat, Ehre für die Erfüllung der Traditionen und der Unterstützung der oberen Häuser. Du kannst damit rechnen, dass ein Tributeintreiber etwa zweimal pro Jahr auftaucht, solange du nicht mit der Fraktion verfeindet bist. Sie werden ein paar Tage in der Kolonie verweilen, bevor sie weiterziehen. Du kannst sie auch angreifen. Allerdings wird das ihre Fraktion verärgern. Das habe ich nicht vor. Ich denke, wir haben vor, was macht sie? Legt einfache Mahlzeit in das Inventar. Sehr gut. Wo haben wir denn Räh? Da, alles klar. Die läuft mal eben kurz dahin, holt sich was zu essen und geht etwas spazieren. Wir reden mal mit Kulismus. Kulismus. Weil wir haben natürlich auch schon ein bisschen Eisen. Ach, Eisen. Silber. Und wir haben auch ein bisschen Gold. Ich schaue mal, ob wir den aus Silber geben können, weil das wäre natürlich klasse, dass wir dann mit unserem Restaurant... Ah, okay, die wollen Gold haben. Schade. Ähm, wie viel geben wir denen mal? Was weiß ich, sollen wir mal 10 sagen? Komm, wir geben die Hälfte. Wir geben einfach die Hälfte. Und da müssen wir schauen, dass wir immer irgendwie Gold dann vorrätig haben. Ähm, aber erstmal geben wir die Hälfte. Und ja, das hat wenig Nachhall gehabt. Naja, schade. Kann ich denn... Warte mal. Ich kann doch hier irgendwo das nachschauen. Nein, das nicht. Inventar, Logbuch. Nicktis und Ray sprachen über Frisuren. Das ist ja wahnsinnig interessant. Mh, so, das ist egal. Bio, das wollte ich gucken. Wie viel Ehre hat denn die gute Frau schon? Ehrlichkeit? Aha. Freibäurerin. Kostet 6 Ehre. Also wir brauchen noch 6 Ehre für Akolyt. Weil wir die insgesamt nicht haben. Okay. Vielleicht wird das sein, wenn die weggehen, dass das dann nochmal kommt. Ne? Oder die sagen, ich sehe, ich rieche in deiner Tasche, ist noch Geld. Gib mir dein Geld, meine Gute. Das kann natürlich auch sein. Zu wenig auf Lager. Ah, das ist ja unpraktisch. Aber, äh, ich werde hier schon mal 2 ansetzen. Wir haben natürlich zu wenig auf Lager. Wir haben hier ein Metallgegenstand noch. Ich werde mal kurz schauen, ob wir noch irgendwo von diesen Teilen was haben. Sind ja diese großen... Wo war das? Äh, 1860 Watt. Das ist natürlich klasse. Einmal hier, bitte. Okay. Ich, äh, werde natürlich alle aktivieren. Dass alle hier so schnell wie möglich rüberkommen. Äh. Ne, Ray, du auch. So. Kommt rüber, kommt rüber. So, wunderbar. Gut, die sind natürlich jetzt nicht ganz so zufrieden damit, dass die da so, äh, aufgerackt wurden. Oh, Levago hat auch noch kein Bett, ne? Ah, doch, Levago, da wohnt der. Die haben auch 50 Silber da schon hingelegt. Schade, dass wir mit Silber keine, kein Tribut bezahlen können. Das fände ich sehr passend eigentlich. So, wo haben wir denn noch diese Teile? Ich schaue mal kurz, wie die heißen, damit ich nicht immer wieder sage, diese Teile. Bauteile. Gut. Das, ähm, war sehr mysteriös. Ich glaube, wir haben gar nicht so viel mehr hier rumliegen, ne? Das könnte problematisch sein, was Sprit angeht. Äh, Strom, sag ich mal. Oh, da. Wunderbar. Stahlschrott. Na, schade. Aber sonst, ja, Stahlschrott, das ist mir egal. Hm. Ich werde noch mal ein bisschen schauen. Eventuell sehen wir irgendwo etwas. Ich sehe aber jetzt auf Anlieb leider nichts. Wäre total klasse, wenn ihr mal ein, ähm, Meteor herabsausen würde. Oder beziehungsweise Teile. Oh, da. Ja, wunderbar. Das möchte ich gerne haben. Schiffsteil. Ein paar mehr von unserem Schiff könnten noch gerne nachkommen. Weil, ihr seht das hier. Und, äh, das ist natürlich klar. Jetzt ist das leer gegangen, weil es einmal Pfistet gemacht hat. Und plötzlich alles weggeballert wurde. Hm. Und, äh, ja. Das ist natürlich unpraktisch. Aber Celerie, würde ich mal sagen. Gut. Das können wir so lassen, denke ich. Hier haben wir einen Luchs. Wäre natürlich schön, wenn die sich mal um den Luchs kümmern können. Dann können wir den nämlich essen. Aber erstmal nicht. Die laufen hier rum. Essen ein wenig. Jan liegt neben sehr, sehr leeren Batterien. Und die werden gleich ziemlich leer werden. Weil in dem Moment, wo die Lampe angeht. Zack. Lampe an. Batterien leer. Und Lampe aus. Ja. Das ist natürlich unpraktisch. Kann ich denn hier Stromschalter, Strom aus? Das mache ich erstmal aus. Ähm. Damit das hier, obwohl wir haben eigentlich draußen kalt, ne? Im Prinzip. Das ist ja wunderbar. Dieser Stromschalter funktioniert ja super. Ach ja. Das ist ja schön. Es flackert. Die brauchen natürlich auch Strom. Wachstumsrate 280%. Okay. Wir sehen, wir kriegen ein bisschen Strom. Wir sollten mal, ähm, Mila. Mila ist ja im Kochen. Ray baut. Okay. Ray, kannst du mal dieses Schiffsteil abreißen? Ähm, weil ich glaube nicht, also selbst wenn die beiden auf volle Pulle fahren, die fahren ja jetzt nur zur Hälfte. Leistungsabgabe 1600, 1300, das heißt wir sind bei 3000 in etwa. Und die hier braucht knapp 3000. Gut. Ja gut, ey. Das, äh, das jetzt nicht, äh, gut, äh, funktioniert, ey. Das ist ja, das, das, ähm, ja. Das hätte ja niemand erfahren können. So, Ray, ähm, mach mal. Die, 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 ach so, die Handelsreisenden ziehen weiter, okay. Sehr gut. Das baut Ray mal kurz ab. Starker Schneefall. Schnee reduziert die Genauigkeit von Fernkampfwaffen, das ist ja schön. So, vielen Dank. Kannst du das bitte mitnehmen? Bitte alle fünf. Danke. Fünf Stück. Wie viel brauchen wir nochmal hierfür? Wir brauchen hierfür zwei und hierfür zwei. Das heißt, wir haben vier. Ähm, hier vorne haben wir irgendwo noch eins liegen gehabt. Wenn sie das mitgenommen hat, wäre ich sehr überrascht. Hat sie nicht. Natürlich nicht. Diese sechs liegen da und das, ja, die haben überhaupt keinen Output. Das bedeutet, wir haben gleich die Forschung fertig für den Recurve-Bogen. Das ist okay. Äh, das sind aber nur 400, ne. Das heißt, wenn wir auf Geothermie gehen, Oh, das wird dauern. Das wird dauern. Ähm, im Moment bin ich relativ entspannt, was das angeht. Da, stelle einen Recurve-Bogen her. Dieser Bogen ist eine wirksame und kostengünstige Fernkampfwaffe. Wunderbar. Forschung, Geothermie, bitte schnell. Ich weiß, dass Geothermie quasi, äh, I-End ist. Das ist die Technik, die, äh, wovon andere Leute träumen und das gerne hätten. Ähm, er ist mir völlig bewusst so. Aber, oh, warte mal. Äh, Mila entfernt Dreck. Mila, kannst du diesen Baum? Ne, kann sie nicht. Sparkles, geh mal weg. Mila, kannst du diesen Baum, äh, entfernen? Mila konnte das gut, oder? Mila, Tequila. Ja, die kann das sehr gut. Sehr schön. So. Was, wir haben nicht genug Stahl? Uh, übersinnliche Berührung weiblich. Das finde ich auch sehr hilfreich, dass wir da, ähm, ja, ein wenig sexistisch sind, was das angeht. Wir haben keinen Stahl mehr nebenbei. Das ist, ähm, nicht so gut. Befehle, Gestein abbauen. Wir müssen hier mal ein bisschen Stahl abbauen. Eret Poshfot und Haff, bitte einmal. Haff, du bist natürlich, hier, bau doch mal Stahlreste ab. Und Eret Poshfot entspannt sich mit anderen. Ne, tut mir leid. Wir brauchen beides einmal kurz. Wäre sehr, sehr knöfter. Äh, kannst du das doch bitte tragen? Auch wenn du gerade am Entspannen bist. Und Haff, du bitte auch. Toll, lässt er einfach Essen im Schnee liegen. Naja. So, Sparkles. Einmal bitte das bauen. Warme Kleidung benötigt. Haff. Ja, das werden wir auch dem Messing mal schaffen. So, ich möchte halt aber nur, dass wir nicht verhungern. Weil hier seht ihr, das hat schon, das war zu lange im Dunkeln. Die wurden dann zerstört. Und das ist natürlich super. Naja, wir lesen das mal durch. Eine weit entfernte Maschine des Glücks rührt sich. Über einen Orbitalverstärker projiziert sie ein übersinnliches Brummen an diesen Ort. Auf einer Frequenz, die scheinbar nur das weibliche Geschlecht erfasst. Die Stimmung einiger Kolonisten wird sich über die ersten Tage deutlich verbessern. Das finde ich sehr hilfreich. Weil, äh, ich sag einfach mal so, das wird in der nächsten Zeit nicht unbedingt einfacher werden. So, die blockiert durch Eiche. Ja, schade, das habe ich nicht so bedacht. Aber ist glaube ich okay. Gestein abbauen wollen wir nicht. Wir wollen Holz hacken. Und dann einmal hier das. Und das sollten wir, das werde ich auch, wie heißt es, in feinster Kleinarbeit morgen Mila mal zufustern. Weil, äh, ich könnte es eigentlich auch direkt so. Du könntest schon mal zwei, bevor du isst. Geschenk von der Baumpakt. Ein T-Shirt aus glattem Leder. Dankeschön. Ist das gut? Nein. Aber egal. Das ist da. Das finde ich doch schön. Das heißt, Lanquambarbarbarbar war sehr zufrieden mit uns. Das ist, ähm, einiges wert. So. Hier gehen wir mal wieder alle auf 50. Hier müsste ich eigentlich einen Stromschalter hinmachen, dass das hier leer ist. Also, dass die aus sind. Aber die, wie viel fressen die? 2 Watt. Ja, mein Gott. Das ist egal. Die 2 Watt, die machen es auch nicht mehr aus. Äh, genau. Mila Tequila muss gleich mal aufwachen. Wir haben ein kleines Energieproblem. Diese eine Lampe, die frisst so viel Strom. Aus während der Ruhezeiten, ja. Das sollte jetzt nicht sein. Jetzt gerade ist einfach nur kein Strom. So, Mila. Oh, du bist gar nicht hungrig. Sehr gut. Doch, du bist hungrig. So. Ähm. Kann denn sonst noch irgendjemand das gut, damit wir da ein bisschen schnell sind? Waldarbeit. Niktis kann das nicht. Gut. Mila, äh, legt einfache... Ja, das kannst du gleich machen. So. Ich hätte gerne, dass du hier mal zumindest den einen schon mal freischaufelst. Weil wir sehen ja, dass der eine noch nicht mal... Also, dass der... Die beiden da unten nicht reichen, um die Lampe anlaufen zu halten. Äh, ja. Im Moment haben wir noch ein bisschen Essen. Denke ich. Ja, elf. Wir können da noch ein bisschen Fleisch haben. Das ist auch sehr gut. So, zack. Da sehen wir doch schon Fortschritte. So, die drei dann auch mal weg. Und den vielleicht auch noch. Dann haben wir zufälligerweise auch ein bisschen Holz. Das ist okay. Hm. Aber wichtigste ist halt, dass die sich drehen. So. Klar, da oben, die wären noch schön. Die beiden sind auch noch schön. Äh, der hier könnte auch weg, bitte. Aber... Wir... Ich bin erst dann zufrieden, wenn wir sehen, dass in der Batterie sich wieder ein bisschen was einsammelt. E-Reproschwo ist nicht dabei mit dem, äh, Stahlabbau. Das ist okay. Warum ist das leer? Was hatten wir hier drin? Hm. Nichts, ne? Keine Ahnung. Egal. Äh, genau. Da wollte ich doch eigentlich... Da könnte man eigentlich. Sagen wir mal so. Nicht ich wollte eigentlich. Da könnte man eigentlich. Wir sind ja hier Inventar. Sie ist... Sie hat ein Pilum. Aber... Behandlung benötigt. Oh nein. Wer hat sich schon wieder... Haff, 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 haff. Komm, haff. Ruhe dich mal aus. Wir brauchen nicht so schnell jetzt Eisen. Hm. Ja, genau. Haff wollte ich eigentlich nachschauen. Bio, äh, Bergbau und Fernkampf ist ja ganz gut. Das heißt, wir sollten mal gucken, dass wir uns hier vielleicht... Wie heißt das Ding nochmal? Künstlertisch? Nee, hä? Ist das dann auf Künstlertisch? Nee, das ist für Kunstwerke. Nähtisch, Steinmetztisch. Habe ich da gerade irgendwas übersehen? Wo wird denn so ein Bogen dann hergestellt? Hm. Oh, 155 haben wir schon. Sehr gut. Recurve-Bogen. So, fortschrittlicher Bogen. Ja. Ach, an der Schmiede. Oder an einem Arbeitsplatz. Okay. Ein Arbeitsplatz ist, ähm, wenn ich mich nicht ganz vertue, einfach das hier. Da kann alles hergestellt werden. Also einfache Sachen. Und hier... Nee, Schmelzofen. Haben wir keine Schmiede? Das ist ja ungünstig. Was muss ich denn freischalten, damit wir eine Schmiede bekommen? Vielleicht Schmieden. Ich bin mir nicht sicher. Okay, wir müssen Schmiede auch noch lernen. Alles klar. Das werden wir aber demnächst mal machen. Das ist okay. Ähm, ich denke... Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie viele Fernkämpfer wir haben. Eins, zwei... Oh, die sind alle unbewaffnet. Okay, wir haben zwei Fernkämpfer. Okay, wir sollten vielleicht doch mal kurz einen Arbeitsplatz bauen. Ich baue den mal hier hin. Ungünstige Temperatur. Okay. Ähm. Abreißen. Architekt. Arbeitsplatz. Dann stellen wir den mal hier hin. So. Weil wir haben... Wenn wir irgendwas nicht haben, dann Zeit. So, dann möchte ich nämlich irgendwie, was weiß ich, drei, äh, Wickerfbogen mal herstellen, wenn denn jemand Zeit hat. Einfach nur, damit wir mehr Fernkämpfer haben. Weil Fernkämpfer, gut. Fernkämpfer weit weg vom Gegner. Fernkämpfer kriegen nicht aufs Fressbrett. So. Hier ist wieder alles drin. Ähm. Wie sieht's aus? Die sind wieder bei 22 Prozent. Ja. Das ist natürlich klar. Denen geht's nicht so gut. Warme Kleidung benötigt. Ja. Ich weiß. Wir sind noch nicht mal... Doch, wir sind im Winter. Wir sind tief im Winter. Ist das dann gut, dass wir mit, äh, also trotz der warmen Kleidung einigermaßen gut kommen? Uh. Zwei Yaks. Bist du ein Männchen und ein Männchen? Okay. Äh. Wildtiere. Ich will mal kurz was schauen. Äh. Okay. Drei männliche Yaks. Äh. Yaks. Ja. Boom raten wir einfach mal, äh. Nein. Steingast. Zwei weibliche. Das ist natürlich schön. Timberwolf. Der wird 100% angreifen, wenn du den jagst. Auch gut. Bache. Oh, wir könnten zwei Hasen zähmen. Das wäre eigentlich interessant. Die möchte ich mal zähmen. Sonneneruption. Yay. Weißt du, wie toll das ist? Oh. Vielen Dank für deinen Kommentar, dass das, dass das so ruhig ist. Eine Sonneneruption hat begonnen. Die intensive Strahlung wird alle elektrischen Geräte außer Kraft setzen. Sie sollten etwa einen Tag vorbei sein. Vielen Dank. Ich dachte eh, das wäre gerade viel zu langweilig, was wir hier machen. Wir müssen die Yaks jagen. Wir haben kein Essen mehr. Oh, was? Männchen. 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 Hä? Waren das gerade auch schon drei? Naja. Zack. Die müssen wir mal kaputt machen, damit mal ein bisschen lecker Fleisch auf den Tisch kommt. Rai ist natürlich am Schlafen. Ey, Rai passt vor. Was machst du? Du bist am Schillen, ne? Stimmt ja. Ich wollte ja eigentlich noch... Weißt du, weil Rai so ein cooles Zimmer hat, kriegt die das einzige Entspannungsgerät. Äh. Oh, der Pokertisch ist groß. Ein Schachtisch? Könnten wir eigentlich auch in dieses Zimmer hier machen. Warum liegt hier Schnee? Warum hast du eine Maske? Ne, äh, cool. Machen wir hier ein, äh, ja, den Pokertisch können wir hier nicht rein machen. Da machen wir einen Pokeraum. Ja, ist auch langweilig. So, aber den, den, äh, Schachtisch können wir gerne hier hinstellen. Und da hätte ich auch gerne Möbel und zwar Stuhl. Nicht aus Stahl, sondern aus Holz. Zap, zap. Die beiden. Und ich glaube, wir können Erebruch vor auch mal einen Stuhl gönnen. Das möchte ich gerne, dass Sparkles das auch direkt macht. Ähm, warte mal. Erebruch vor. Kannst du dich mal hier hinstellen. So, Sparkles. Bitte einmal diesen Stuhl bachen. Und du, äh, Naka-Fodus wieder weg. Weil jetzt wird Sparkles den Stuhl bauen können. Zack. Ne, kann er nicht. Ah, ah. So, stell dich mal da hin. Die Zeit, die wir jetzt dadurch verlieren, dass der hin und her laufen muss. Oh, wir haben eine Nase. Äh, eine Hase. Die Kolonisten nennen es Hase 1. Gut. So. Och, Sparkles. Jetzt hau mal ein bisschen rein. So. Jetzt kann sich nämlich Erebruch vor quasi dahinsetzen. Und dadurch ein wenig effektiver forschen. Ja, ähm, das Schöne ist, dass wir im Moment keinen Strom haben, ähm, liegt natürlich nur ausschließlich. Inspirierte Zähmung Nictis. Oh. Acht Tage. Das will ich aufbehalten. Äh, haben wir irgendwo noch Hasen, die wir gerade zähmen? Oder sollen wir einfach den Hasen zähmen? Ähm, aber ich glaube nicht, dass wir noch ein Mannequin kriegen und ich glaube, das ist okay. Stellt Rickaufbogen her. Ja. Egal, ich lasse das einfach mal so stehen. Wenn das passiert, dann passiert es. Wenn nicht, dann nicht. Hier haben wir ein Gehege. Da Tiere. Ich hätte gerne alle Tiere, die ich kriegen kann. Das heißt, auch Hase 1 wird dann nächst da reinkommen, denke ich. Hase 1. Äh, ich hätte dich gerne in Tierchen. Wo bist du denn? So. Genau. Also, es ist vielleicht ein bisschen bescheuert, dass ich die jetzt, äh, hole. Alter, dieses Jack. Boah. Ähm, ne, dass ich die Hasen jetzt hole. Ich hoffe einfach, dass die von dem leben, was hier lebt. Also, was hier so rumläuft. Ne? Erholung, Ernährung. Wir schauen einfach mal, wie das so wird. Wenn die verhungern, verhungern sie. Da bin ich einfach mal so. Ähm, wir sollten sie essen, bevor sie verhungern, weil die sind natürlich dann nur Haut und Nochen. Nein, das ist jetzt ein bisschen, es klingt jetzt härter, als ich es klingen lassen wollte. Sagen wir mal so. Äh, ist der, ist der Bogen gebaut worden? Nickt es? Du wolltest doch gerade einen Bogen bauen. Zeig mal, hast du im Inventar? Nee. Mhm, mhm, mhm. Ach, da ist der Bogen. Wunderbar. Das heißt, Huff. Könntest du bitte entfernt Blut. Jaja. Du darfst dir gerne diesen wunderschönen, es ist ein normaler Recurve-Bogen mit 14 Schaden. Ray hat ein Repetiergewehr mit, nein, ich habe falsch geklickt. Mit 18 Schaden, alles klar. So, inspirierte Zähmung, lassen wir einfach mal stehen, ne. Werde ich jetzt nicht aktiv benutzen. Sonneneruption ist vorbei, das ist sehr gut. Unsere Batterien füllen sich. Und leeren sich. Überschüssig gespeichert. Wenn ich das verstehen würde eher, was heißt das? Überschüssig. Bedeutet das, wir haben einen, ja, einen Bedarf an 4.300 jetzt gerundet. Ja, ne. Und gespeichert haben wir 412, 410, 400, 390. Das erzählt mir, wir sind noch nicht break-even. Ähm, okay, der gibt gerade, markiert durch Eiche. Oh. Äh, B. Ja, ja. So. Genau, der gibt 100, der gibt 137, 100, okay. Wow. Wieso hat er denn zwischendurch mal 1000 abgegeben? Also jetzt, klar, die jetzt gerade drehen die sich so gut wie gar nicht. Das ist sehr, sehr schön. Unsere Batterien sind gleich auch wieder leer. Ja, dreht euch schneller, Mila. Füttert Jan mit einfacher Mahlzeit. Stimmt, den müssen wir ja auch noch überleben lassen. Guck mal, wir haben keine Mahlzeit mehr. 500. Ja, nice. Wir haben 500 Fleisch. Das ist, das ist eine Menge. Das liegt natürlich vielleicht auch an den drei Yaks, die wir da weggesnackt haben. So, kochen wir gerade nicht, machen wir erstmal die Eiche weg. Und dann hoffen wir mal. Ich bleibe mal ein bisschen mit der Geschwindigkeit oben. Guck mal, wir kriegen jetzt 138. Naja, hm. Ja, das heißt, wir haben keinen Strom. Das ist ja super. Wir müssen einfach auf eine sehr... Warum funktioniert das nicht hier? Wir haben ja hier den Stromschalter. Wenn ich den ausmache, kann das sein, dass diese Lampe trotzdem noch von hier zieht? Ich glaube, wir brauchen hier einen Stromschalter. Beziehungsweise hier vor der Tür, damit dieser ganze Klumpatsch... Obwohl, die ziehen dann auch noch, ne? Alles so ein bisschen doof. Oder, warte, kann ich das neu verbinden? Und wenn ich jetzt hier den Stromschalter ein-aus... Okay, wir sehen hier die Kabel. Das heißt, theoretisch, die Lampe müsste ich mit dem Schalter ausmachen können. Ja, das funktioniert super. Ich finde es gerade schön, dass es kein Saatgut gibt. Weil das bringt uns natürlich erst dann ein wenig Nahrung am Arsch. Okay, viel Nahrung ist das auch nicht. Ja, im Prinzip bringt uns das erst dann was, wenn wir das Geothermie-Kraftwerk haben. Und dafür können wir herausfinden, wie viel wir dafür brauchen. Konstruktionsfähigkeit, Bodenanforderung schwer, Entflammbarkeit 50%. Äh, 200. Ja, wir können nicht wissen, wie viele von diesen wunderschönen Bauteilen wir brauchen. Wir haben nämlich noch eins. Und das wird definitiv nicht reichen, wenn du mich fragst. Hase 2 ist auch da, sehr schön. Tiere, Hase 2 bitte auch in Tierchen. Wie geht's euch? Seid ihr schon am Verhungern? Bedürfnisse, Hase 2 ist okay. Oh, ich, ähm, ich glaube, wir müssen sie schlachten. Ich bin kein Experte, aber ich glaube, das wird nix. Es war auch einfach ein Versuchsballon, sag ich mal. Weil klar, das ist jetzt Winter, die sitzen draußen. Ich hatte so gehofft, dass sie so einen Quatsch hier essen würden. Dornenstrauch, klar. Äh, ja, keine Ahnung. Lass mich. So, hier, wir haben jetzt, die haben jetzt 5000, können die absammeln. Ähm. Habe ich eigentlich zu viele Batterien gebaut? Ja, ich glaube schon. Da sind auch diese Bauteile. Ich hoffe einfach, dass wir Glück haben. Ich hoffe auf Glück. Und das ist bei diesem Spiel extrem schlecht. So, hier, tiefgekühlte Glättetwand. Ja, äh, trag mal jetzt das Alpaka rüber. Das brauchen wir. So, ich will nämlich noch mehr von diesen Schiffsteilen finden. Ich weiß nicht, wie viele so generell Naturgegeben auf dieser, auf so einer Map liegen. Ich brauche aber Bauteile. Wir haben die leider, sagen wir mal, ein wenig, ja, wunderbar. Äh, Sparkles? Glättetwand. Komm mal her. Sparkles. Kannst du das, äh, abreißen? Schiffsteil. Geil. Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist es dumm, wenn man bei diesem Spiel auf Glück hofft. Weil normalerweise, wenn man, wenn man sehr viel Pech hatte und man hofft auf Glück, kriegt man noch ein bisschen Pech dazu. Das ist so mein, mein, äh, meine Erfahrung mit diesem Spiel. So. Und ich bin auch sehr, sehr begeistert davon, oder was heißt begeistert? Interessiert, was hier so auf uns wartet. Ich will da jetzt noch nicht reinstechen, weil, äh, die Veteranen unter euch werden natürlich wissen, was da weinen kann. Sechs Bauteile. Sehr cool. Hm, ja, ich lasse Sparkles das nochmal holen. Die haben jetzt angefangen, hier die Wände zu glätten und das finde ich sehr cool, dass die das machen. Hm. Aber, was ich auch sehr cool fände, wäre, so, du sagtest ja, in der Küche möchten wir auch ein bisschen schöneres Leben haben. Da werden jetzt die Wände geglättet und ich finde die Wände persönlich sehr schön. Die, ähm, die lassen wir mal so. Guck mal, hier haben wir Sandsteinblöcke. Was meinst du, was hältst du von Sandsteinboden in der Küche? Was meinst du? Könnte man eigentlich machen, ne? Oh, cool. Wenn man rechts liegt, macht dann diese Tür auf. Wie viele Stunden habe ich in dem Spiel? Äh, mh. Okay, knapp 50, das geht. Ich habe gar nicht so viele Stunden. Ich dachte, ich wäre hier schon länger in dem Spiel unterwegs. So, Böden. Platte aus Sandstein? Fliese aus Sandstein? Die Platte aus Sandstein finde ich auch cool. Eine Fliese aus Sandstein. Uh. Eine Fliese aus Schiefer. Die möchte ich, glaube ich, in der Küche haben. Ich glaube, wir haben zu wenig im Moment da, ist klar. Weil wir zwischendurch mal gesagt haben, mach mal lieber Sandstein statt Schiefer. Nö, haben wir doch nicht. Wir haben einfach keinen Schiefer im Moment vor, endlich. Besucher. Croyo Lovego. Guten Tag. Hallo. So, ich hoffe, du hast Geld dabei. Ich habe gar nicht geguckt. Ich schaue mir sofort in deine Taschen. Inventar. Silber 141. Elefantenstoßzahn. Uh. Pemekan wäre auch cool, wenn die uns das geben könnten. So, 150, sagst du, ne? Upsi. Das ist nicht irgendwie Customer Related oder so. So. Hier ist schon wieder alles abgestorben. Ne, geht. Ich habe vergessen, den Strom wieder anzumachen. Naja. So, Lovego hat die 60 bezahlt. Wir sollten das Geld mal einsammeln, was hier rumliegt. Und wir haben hier natürlich auch noch eine normale, äh, Korsett aus Faultierwolle. Macht das eigentlich... Oh, das macht ein bisschen Isolierung. Das könnte sich Huff eigentlich mal anziehen. Bekleide dich mit Korsett, bitte. Macht das dann... Oh, das zieht die einfach extra an. Das ist sehr gut. Sieht das auch gut aus, Fräulein? Okay. Frage niemals eine Frau nach ihrem Korsett oder wie war das? So. Wir haben noch um die 200 Nahrung. Also 20 davon können wir noch bauen. Aber wir haben, seitdem wir die Yaks gejagt haben, auch schon wieder 30 davon weggegessen. Also von daher, es muss was mit der, äh, mit unserer Stromzufuhr, äh, geschehen. Aber ich denke, das ist ein Teil für die nächste Folge. Äh, und ich muss auch gestehen, ich hab gerade so Bock auf dieses Spiel. Ich werd direkt die nächste Folge auch noch aufnehmen. Ich bin, ich bin da leider ein bisschen bescheuert, dass ich nicht die Kommentare abwarte. Ich weiß. Aber, oh, ich möchte ein bisschen länger als eine halbe Stunde am Stück mal spielen. Und das mach ich heute. Das heißt, äh, wenn ihr Kommentare unter dieses Video schreibt, immer gerne, immer gerne gesehen. Ich, äh, schreibe auch immer zurück, soweit ich die Zeit finde. Ähm, aber die werden leider keinen Einfluss auf die nächste Folge haben, sondern auf die Folge danach. Bis dahin, vielen Dank, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Zusehen und bis denn, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.